Beide Oberschenkel in die Luft, in die Waage. Halt. Ein Bein streizt. Schau mal an, ein Bein nur da. Die Baumwürstchen. Die Luft. Ganz langsam. Ich bin da, der hält doch die Sekunde an. Kann sich ja immer festhalten. Das klappt. Wenn du nicht, sorgst es, aber das kriegen wir hin. Du bist der Sport. Langebiener ist los, geht los. So, alles. Beide Oberschenkel. Anzentrieren. Sich im Körper sich spüren. Weiter geht's. 13. Und zwar nehmen wir da auch ein bisschen die Stimme. Und wir drücken ein bisschen mit unserem Hackreiz und unserer Wade an den Kleber. Wenn der Reiter reitet, guckt er ja bei der vorne, wo er hinreitet. Also müssen die Füße sind immer selbst stellen. Wir müssen alleine in die Steine runter. Und dann macht der Reiter hoch und hoch rein. Der Reiter macht nichts anderes. Du hast ein Gefühl, wir müssen sie einspitzen. Wir haben das mit dem Tiefel rum. Die Zähne sind immer oben. Die Zähne sind immer bemüht, da rein zu fahren. Super. Hast du mit dem Knie einstupfen? Dieめidest du? Oh Gott. Und kannst du so besser wie anspitzen, weil du separating Meins und Dementschliffen fängst. Probierst du noch einspitzen. Es wird beim ersten Mal den Namen die Beine eingemauten. Kannst du selber vorsichtig rum. Probierst du noch? Komm, ist mir ein Zeitpunkt zu lesen. Und dann mach mal den Weg und dann Färten anzupassen. Anspitzen, so anstupsen. Und nach dem Nenken kommen. Da guckst du. Wenn du eine Boa anstürst. Der Keil muss nach außen sein, passt. So, weiter geht's. Jetzt machen wir noch etwas das Leidchen. Wir machen jetzt die Darlinie. Umschritt. Die Lippen groß machen. Sie haben sich richtig groß gemacht.